GZSZ-Star Lars Pape hat bei Instagram einen überraschend emotionalen Abschiedspost veröffentlicht. Das steckt dahinter. Vor zwei Jahren stand Lars Pape das erste Mal als Michi bei GZSZ vor der Kamera. Die Rolle sollte eigentlich nur für einige Monate zu sehen sein. Doch der Schauspieler mauserte sich schnell zum Fanliebling und wurde deshalb zum Hauptcast befördert. Doch müssen sich die Fans nun etwa von ihm verabschieden? GZSZ-Star Lars Pape. Heute endet auch eine sehr intensive Geschichte. So klingen zumindest die ersten Worte von dem Abschiedsstatement, das Lars Pape nun bei Instagram veröffentlicht hat. Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme schreibt der TV-Star, ein Ende ist auch immer ein Neuanfang. Verkündet Lars Pape hier etwa seinen Ausstieg? Keiner Sorge, damit ist lediglich das Ende der emotionalen Geschichte zwischen Michi und Nicole gemeint. In seinem Statement bei Instagram erklärt Lars Pape, heute endet auch eine sehr intensive Geschichte, die in den letzten fünf, sechs Monaten einer wilden Achterbahnfahrt glich. Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, wo ich heute stehe, ich hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Genauso muss es Michi gehen, der heute, vielleicht zwinkernder Smiley in eine neue, aber auf jeden Fall sehr spannende Zukunft startet. Wir erinnern uns, Michi hat sich auf eine Blitzehe mit seiner Freundin eingelassen, dann jedoch gemerkt, dass er noch immer in Maren verliebt ist. Deshalb kommt es in den aktuellen Folgen nun zur Trennung und Nicole verlässt mit gebrochenem Herzen die Stadt. Damit steht auch der Ausstieg von Laura Lippmann fest, die nun aber stattdessen bei der Bergdoktor zu sehen sein wird. Lars Pape denkt nicht an einen GZSZ-Ausstieg. Wie es für Michi und Maren weitergeht, ist noch offen, da Maren sich derzeit in Los Angeles befindet und sich auch Michi eine Pause von Berlin gönnt. In drei Wochen werden Michi und Tobias von ihrer Reise nach Finnland zurückkehren, verrät der Fanliebling. Bis dahin ist Abwarten angesagt. Ein Ausstieg ist zum Glück noch lange nicht in Sicht, wie Lars Pape in seinem Post noch einmal verdeutlicht. Ich dagegen bin sehr happy, dass meine Reise bei GZSZ noch lange nicht zu Ende ist. Und ich hoffe mal sehr, dass ihr Michi in Zukunft noch eine zweite Chance geben könnt, zwinkern da Smiley, denn eigentlich ist er ein guter, auch wenn er bei Nicole richtig Bockmist gebaut hat, schreibt der Schauspieler.